René Genesis ist ein deutscher Hörspielsprecher und Schauspieler, der vor allem durch zahlreiche Hörspielproduktionen bekannt ist. Leben Genesis wirkte vorwiegend als Bühnenschauspieler. So spielte er am Ernst-Deutsch-Theater Hamburg und wirkte bei den Ruhr-Festspielen Recklinghausen an einer Inszenierung von Friedrich Dürrenmatz, wieder Täufern mit Günther König in der Rolle des Johann Bockelsson mit. Daneben spielte er für Fernsehproduktionen in Episoden zahlreicher Serien und Reihen wie die Rettungsflieger, Sankt, Pauli, Landungsbrücken, Hamburg, Transit, Das Fernsehgericht, Takt, Cliffe Dexter, Stahlnetz, Polizeifunk, Ruft, Hafenpolizei und Gestatten. Mein Name ist Cox. Außerdem war er beispielsweise im Krimi ein Sarg für MR, Holloway, Uwe Jansons Herz in der Hand und Lars Büchels Komödie Jetzt oder Nie, Zeit ist Geld zu sehen. Einem breiten Publikum wurde Genesis aber vor allem als Hörspielsprecher bekannt. Er wirkte für zahlreiche Hörspielproduktionen unterschiedlicher Labels wie Europa, PEG, Auditon und Karussell. Oft liehe dabei zwielichtigen und bösartigen Charakteren seine Stimme wie dem C.O.L. Brinkley in der Auditon Adaption von Karl Meiss Schatz im Silbersee, dem Santa in den Winnetou Hörspielen desselben Labels, dem mörderischen Bankier Silas Torontal in Julius Wernes Matthias Sandorf, dem Ritter de Bracey in Ivanhoe und Richard Löwenherz und dem Anwalt Amersham in das indische Tuch nach Edgar Wallace. Bisweilen war er auch in komischen Rollen zu hören wie als Reltresal in Jonathan Swift's Gullivers Reisen, als Pferleinix in den Asterix-Adaptionen von Tom und Dela sowie als Vampirjäger Gaia Meyer im Europa-Hörspiel Der kleine Vampir in Gefahr. Für die Europa-Produktion von Edward Buhl war Littons Letzten Tage von Pompeji kam Genesis sogar die Rolle des erzählenden Chronisten zu. Darüber hinaus war Genesis auch als Synchronsprecher tätig wie Z.B. für die deutsche Fassung der Western-Serie Bonanza, Filmografie, 1968, Ein Sarg für M.R. Holloway, 1968, Die Unverbesserlichen und ihre Sorgen, 1969, Gnade für Timothy E. Wenz, 1969, Auf der Reeperbahn nachts um halb eins, 1970, Die Hand im Mund, 1971, FM, Die Psychogramm eines Spielers, 1980, La Füffere, 1991, Herz in der Hand, 2000, Jetzt oder nie, Zeit ist Geld, Hörspiele, 1970, Heidi, 1970, Der Ölprinz, 1971, 1971, Ben Hur, 1971, Die Letzten Tage von Pompeji, 1971, Der Graf von Monte Cristo, 1975, Die Schatzinsel, 1975, Der Schatz im Silbersee, 1975, 1975, Winnetoui, Blutsbrüder, 1975, Winnetou III, Der Berg des Todes, 1975, Karl May, Durch die Wüste, 1975, Gulliversreisen, 1975, Die Meuterei auf der Bounty, 1977, Asterix, Die Große Überfahrt, 1979, Die Drei und die Schwarze Katze, 1979, 1979, Die Drei und die Rätselhaften Bilder, 1979, Matthias Sandorf, 1983, Edgar Wallace und der Fall Themse Dog im Nebel, 1983, Edgar Wallace, Die Tür mit den sieben Schlössern, 1983, Edgar Wallace, Das indische Tuch, 1986, Scotland Yard, Der Hundemensch vom Hyde Park, 1986, Tim und Struppi, Die Zigarren des Pharao, 1986, Tim und Struppi, Der blaue Lotus, 1989, Der kleine Vampir in Gefahr.